Nachdenkseiten. Die kritische Website. Faktencheck der Faktenchecker. DPA Faktenchecking bezeichnet Aussage von Daniele Ganser zu US-Armee und Bundeswehr als falsch. Von Florian Warwick. Ausgerechnet die deutsche Presseagentur DPA, die regelmäßig mit extrem einseitiger Quellenauswahl erfundenen Zitaten und nachweislichen Fake News auffällt, betreibt nach Selbstauskunft eines der größten Faktencheck-Teams im deutschsprachigen Raum und arbeitet in diesem Zusammenhang mit Facebook zusammen. Der neueste Faktencheck der DPA widmet sich dem Schweizer Historiker Daniele Ganser. Dessen Aussage vom 22. Juni mit Verlinkung auf einen Nachdenkseitenartikel, Deutschland hätte keine Soldaten in den USA stationiert, die USA aber sehr wohl über 38.000 in der Bundesrepublik und dies zeige das Machtverhältnis beider Länder auf, klassifiziert die DPA als falsch. Auf Grundlage der Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Anfrage der Bundestagsabgeordneten und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dagdelen, Die Linke, hatten die Nachdenkseiten Anfang Juni einen Artikel mit dem Titel »Wie viele ausländische Militärs sind in Deutschland stationiert und was kostet dies den Steuerzahler? – Bundesregierung legt Zahlen vor« veröffentlicht. Diesen Artikel teilte auch der Schweizer Publizist und Historiker Daniele Ganser auf Facebook und schrieb dazu »Deutschland hat keine Soldaten in den USA, aber die USA haben Soldaten in Deutschland stationiert. Dies zeigt das Machtverhältnis der beiden Länder. Laut der Darlegung der Bundesregierung sind derzeit, Stand Mai 2023, noch 38.361 US-amerikanische, 286 britische und 599 französische Soldaten in Deutschland stationiert. Dies kostete den deutschen Steuerzahler im Jahr 2022 mehr als 110 Millionen Euro. Meiner Ansicht nach sollten alle fremden Soldaten aus Deutschland abziehen. Das manipulative Vorgehen der DPA Die selbsternannten Faktenchecker der DPA veröffentlichten dann nur einen Tag später für ihre Verhältnisse extrem schnell ein DPA-Faktchecking, in welchem sie die Aussage von Ganser grundsätzlich als falsch klassifizierten. Begründet wird dies damit, dass es auch Bundeswehrsoldaten in den USA gäbe, nämlich das Bundeswehrkommando USA und Kanada. Die russische Armee ist nach der Wiedervereinigung Deutschlands abgezogen. Die USA haben hier weiterhin Soldatinnen und Soldaten stationiert. Doch das ist keine Einbahnstraße. In Deutschland ist sehr genau vertraglich geregelt, welche ausländischen Soldatinnen und Soldaten hier stationiert sein dürfen. Dazu gehören zur Zeit auch rund 38.000 Mitglieder der US-Streitkräfte. Doch entsendet Deutschland umgekehrt keine Bundeswehrsoldaten in die USA, wie der Schweizer Historiker Daniele Ganser behauptet? Bewertung? Falsch. In den Vereinigten Staaten ist das deutsche Bundeswehrkommando USA und Kanada stationiert. Zitat Ende. Weiter heißt es in dem DPA-Faktencheck dazu. Es ist der Internetseite der Bundeswehr zufolge das größte streitkräftegemeinsame Kommando der Bundeswehr außerhalb des deutschen Staatsgebiets. Nach Angaben seiner Pressestelle arbeiten dort bis zu 2000 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Zurzeit sind sie in 23 US-Bundesstaaten tätig. Dazu kommen Standorte in zwei kanadischen Provinzen. Die Zahl der Bundeswehrkräfte in den USA kann je nach Anzahl von Ausbildungen, Studiengängen und militärischen Übungen schwanken, erläutert ein Pressesprecher. Die Ausbildung an Waffensystemen, die ursprünglich aus den USA stammten und auch in der Bundeswehr Verwendung fänden, finde größtenteils beim US-Militär oder bei der Rüstungsindustrie statt. Das Bundeswehrkommando stellte unter anderem aber auch eigene Ausbilder, wie zum Beispiel Fluglehrer, die in Nordamerika neben eigenen Kräften auch Angehörige des US-Militärs regulär schulten. Das heißt, die DPA stellt die Präsenz von weit über 30.000 US-Soldaten auf über 20 US-Militärbasen, darunter eine signifikante Anzahl an Kampftruppen, die langfristig in Deutschland mit allen Arten von schweren Angriffswaffen, unter anderem Panzer, Artillerie, Bomberstaffeln, Kampfdrohnen, Atomwaffen stationiert sind und deren Militärpolizei sogar seit 2023 in deutschen Bahnhöfen patrouilliert, gleich mit einigen Bundeswehrsoldaten, die, wie die DPA in ihrem Faktencheck selbst einräumt, lediglich zum Zwecke von Ausbildungen, Studiengängen und militärischen Übungen in den USA verweilen. Auch die Bundeswehr lässt in ihrer Selbstdarstellung hinsichtlich der Aufgaben des Bundeswehrkommandos USA und Kanada keinen Zweifel an dem reinen Ausbildungscharakter dieser Präsenz. Zitat Zitat Dem könnte man maximal zum Vorwurf machen, dass er etwas zu generell von Deutschland hat keine Soldaten in den USA gesprochen hat. Aber zu leugnen, wie es der DPA-Faktencheck letztendlich tut, dass die USA mehr politischen und militärischen Einfluss auf Deutschland ausüben als umgekehrt, ist mit dem Attribut absurd noch höflich umschrieben. Und diese höchst fragwürdige Einstufung durch die Faktenchecker der DPA hat direkte Auswirkungen auf die Reichweite von Facebook und auch die Reputation der jeweiligen Personen und verlinkten Quelle. Die Darstellungsweise der Klassifizierung falsch durch die DPA bei Facebook ist zudem grundsätzlich fragwürdig, da es für den Facebook-Nutzer in keiner Form erkennbar ist, wer und was in diesem Fall als angeblich falsch eingestuft wurde. Ist es die Kommentierung von Ganser oder der verlinkte Artikel, im konkreten Fall der der Nachdenkseiten? Die Einstufung als falsch widerspricht in diesem Rahmen zudem den eigenen DPA-Darlegungen zum Vorgehen bei Faktenchecks. Zitat Sehr viele Themen sind zu komplex, um sie nach einem starren Schema zu bewerten. Uns geht es im Zweifel eher um eine korrekte und verständliche Einordnung als um eine womöglich irreführende Bewertung. Die Leserinnen und Leser sollen durch den Faktencheck den Wahrheitsgehalt einer überprüften Behauptung erfassen und den Kontext eines strittigen Themas verstehen können, um sich eine eigene, auf Fakten und Tatsachen gestützte Meinung bilden zu können. Zitat Ende Ganz am Ende des Faktenchecks heißt es übrigens zu den Darlegungen des Schweizer Historikers, Zitat Daniele Ganser hat diese Zahlen in seinem Post, der sich auf einen Blog-Eintrag bezieht, korrekt wiedergegeben. Zitat Ende Der ominöse Blog-Eintrag ist der von Ganser geteilte Artikel der Nachdenkseiten. Dass die DPA dann auch noch bewusst versucht, die Nachdenkseiten nicht namentlich als Quelle zu benennen, ein Bruch mit einer der elementarsten journalistischen Grundregeln, spricht auch Bände über die Qualität und Standards der DPA-Faktenchecks. Womit wir bei einem grundsätzlichen Problem der DPA wären. In der Selbstdarstellung des DPA-Faktenchecking heißt es selbstbewusst Zitat Ende Zunächst fällt beim Stichwort Standard auf, dass die DPA-Faktenchecks grundsätzlich anonym veröffentlicht werden, ohne jede Namensnennung. Es gibt auch zahlreiche Kritikpunkte, etwa an der fachlichen Kompetenz des ARD-Faktenfinders. Beispielsweise sei auf Redakteur Pascal Sigelkopf und seine legendär falsche Sprengstoff-in-Pflanzenform-Übersetzung verwiesen oder an der Faktencheck GmbH Korrektiv mit ihrer auf oligarchen Geldern beruhenden Finanzierung. Aber immerhin erfüllen diese im Gegensatz zu DPA die Minimalstandard, dass Artikel namentlich gekennzeichnet sind und daher genau zuortbar ist, welche Personen mit welcher Vita für welchen Faktencheck verantwortlich sind. Die Transparenz bezüglich der Autoren schafft ein grundlegender Standard im Journalismus fehlt bei den DPA-Faktenchecks völlig. Auch das mantraartig vorgetragene Attribut unabhängig muss man in diesem Zusammenhang ausdrücklich hinterfragen. Die rund 170 Gesellschafter der DPA sind ausschließlich Medienunternehmen wie Verlage und Rundfunkanstalten. Damit sind Gesellschafter und Kunden der DPA größtenteils identisch. Ein verqueres und weltweit ziemlich einzigartiges Konstrukt, was vieles ist, aber definitiv nicht unabhängig. Es erstaunt daher auch kaum, dass die DPA-Faktenchecks bisher einen großen Bogen um die Medien gemacht haben, die zu den Gesellschaften der DPA gehören, wie ARD und ZDF, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, der Axel Springer Verlag, die Matzak Mediengruppe, Hubert Borda Media, die Funke Mediengruppe und die Holzbrink Verlagsgruppe. Kurz gesagt, die ach so unabhängige DPA und damit auch deren Faktencheck-Abteilung wird kontrolliert von den marktbeherrschenden Medienkonzernen dieser Republik sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Zertifizierung von DPA als Faktencheck-Organisation Die DPA verweist mit Stolz auf ihre Zertifizierung durch das unabhängige International Fact-Checking-Network IFCN, welches eine sehr renommierte Organisation sei und weltweit führend in der Forschung zu Desinformation. Das IFCN ist an das Pointer-Institut mit Sitz in St. Petersburg, dem in Florida, angegliedert. Und wer finanziert hauptsächlich das IFCN und das mutmaßlich so renommierte Pointer-Institut, die das weltweite Gütesiegel für Faktenchecker vergeben und sich selbst ganz bescheiden als Global Leader in Journalism bezeichnen? Das Media-Netzwerk des US-Multimilliardärs und eBay-Gründers Pierre Omidia mit seiner Luminate-Stiftung sowie dem Democracy Found, der zugleich Dutzende Faktenchecker-Organisationen weltweit finanziert, in Deutschland zum Beispiel korrektiv. Das heißt, ein US-Multimilliardär finanziert zugleich diverse Faktenchecker-Organisationen sowie deren unabhängige Zertifizierung. Daneben agiert auch noch die Charles Koch Foundation des US-Multimilliardärs selben Namens als einer der Hauptsponsoren. Er und sein mittlerweile verstorbener Buddha David waren zugleich mit ihren Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft die größten bekannten Förderer der US-amerikanischen Tea-Party-Bewegung. Ach ja, US-Oligarch George Soros tritt via seiner Stiftung Open Society ebenso als Sponsor auf wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit seinem Mega-Unternehmen Meta. Weitere Förderer von IFCN und dem Pointer-Institut sind so unabhängige Institutionen wie die offen als halbstaatlicher Arm der US-Außenpolitik konzipierte Stiftung National Endowment for Democracy, NED, die sich massiv in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt, beispielsweise sei auf Venezuela, die Ukraine, aber auch Frankreich verwiesen. Der langjährige US-Politiker Ron Paul kommentierte als Mitglied des US-Repräsentantenhauses die Aktivitäten des NED mit folgenden Worten. Was die NED in fremden Staaten unternimmt, wäre in den USA illegal. Es ist orwellianisch zu behaupten, US-Manipulationen von Wahlen in fremden Staaten würden die Demokratie befördern. Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn die Chinesen mit Millionen von Dollar bestimmte pro-chinesische Politiker unterstützen würden? Wäre das eine demokratische Entwicklung? Zitat Ende. Abschließend lässt sich festhalten, die dpa, die als Nachrichtenagentur in Deutschland über ein de facto Monopol und damit eine enorme Reichweite verfügt, hat im vorliegenden Fall willkürlich und forciert die Faktencheck-Klassifizierung falsch vergeben und damit wohl bewusst versucht, sowohl dem Schweizer Historiker Ganser als auch en passant den Nachdenkseiten eine Rufschädigung zuzufügen. Das Ganze geht von einem Medienunternehmen aus, welches regelmäßig seit Jahrzehnten Fake News produziert, anbei eine kleine Auswahl der letzten Jahrzehnte. Diese finden Sie eingefügt am Ende des Artikels. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.